Guten Morgen, das ist eine neue Arbeit, das ich habe gemacht, eine Malerei mit der heiligen Familie Christus, junge Frau und Josef hier. Das ist eine Arbeit mit byzantinischer Kunst und moderner Kunst auch. Ich glaube, das Kunst der Kirche ist eine Suche zu einer schönen Kirche mit uns. Vielen Dank von euch, auf Wiedersehen, tschüss.